Hallo liebe Eltern, ein liebes Hallo an alle unsere Freunde des Schuvi-Du YouTube-Kanals. Auch für heute wieder habe ich mir ein schönes Thema herausgesucht. Und zwar, das kam aufgrund einer Kundenanfrage oder einer Anregung, die per E-Mail an mich gestellt worden ist. Und zwar, mit welchem Alter trägt mein Kind die Größe 21? Ich beziehe das jetzt mal meinen Vortrag heute auf die Größe 21, weil es explizit in der Mail mit drinne stand. Ich könnte 23, 24, 25 auch immer sagen, es käme im Endeffekt auf dasselbe hinaus. Und zwar, Fakt ist zumindestens eins, alle Kinderfüße sind unterschiedlich. Ein weiterer Faktum ist, man kann heutzutage nicht mehr sagen, in welchem Alter welches Kind welche Schuhgröße hat. Zumindestens, wenn ich das Kind nicht sehe oder diverse Anhaltspunkte habe. Das muss ich einfach so sagen. Weil Kinder auch heutzutage vom Körperbau, von der Statik, von der Genetik her so unterschiedlich sind, dass man da wirklich keine Aussage treffen kann. Eins kann ich aber Ihnen auf jeden Fall sagen, die Kinderfüße sind in den letzten 20 Jahren größer geworden. Und das, was sozusagen vor 25 Jahren die Größe 18 war, vor 15 Jahren vielleicht die Größe 19, 20, so sind wir jetzt bei den Einsteigergrößen, bei den Laufanfängern, ist die 21. Auch hier gibt es wieder Unterschiede. Wir haben auch schon Laufanfänger mit einer 23 und 24 gehabt. Doch zurück zu der Anfrage. Das heißt, wenn ich eine ganz solide Anfrage bekomme, nicht sagend, welche Größe, Größe 21, haben Sie Schuhe in Größe 21, dann frage ich als erstes immer, junge Mädchen, welcher Fuß, breit, schmal, mittel, Laufanfänger oder versierter Läufer, wäre dann die nächste Frage, wenn so eine kleine Größe zur Sprache kommt. Und dann natürlich auch, ist es jetzt die Fußgröße, die Sie uns sagen, oder ist es die Schuhgröße? Weil leider, es muss man immer wieder feststellen, dass es da gravierende Unterschiede gibt, ist in den Köpfen noch nicht vieler Eltern angekommen. Also viele nehmen wirklich die Fußgröße 1 zu 1 und denken, das ist die Schuhgröße. Ist sie nicht. Wir haben zu dem Thema auch dazu nochmal ein Video mitgemacht in der letzten Zeit. Sehr interessant und sehr aufschlussreich für viele, die das noch nicht wissen und jetzt sozusagen dieses Aha-Erlebnis haben. Aber die meisten, die ja uns folgen, die uns kennen, unter die Beratung in einem Fachgeschäft zu schätzen wissen, wissen, dass wir eigentlich mit jeder Beratung, die wir da vornehmen, immer mit drauf eingehen, wie unterschiedlich die Schuhe auch ausfallen. Also ich kann bei dem einen Schuhlieferanten, kann ich durchaus eine Größe 21 haben und beim nächsten brauche ich wieder eine 22. Und wenn es ganz, ganz klein ausschaut, brauche ich auch mal eine 23. Also es gab schon Vorfälle, je nachdem, wie die Modelle hier ausgefallen sind, sind die Kunden mit drei verschiedenen Größen hier rausgegangen, obwohl die alle vom Innenraum dieselbe Innenlänge hatten. So, und demzufolge muss ich immer wieder sagen, warum ist das so? Ganz einfach, weil es für die Größenangaben, für diese Zahlen, die praktisch hier unten auf den Sohlen draufstehen, keine Norm gibt. Da kocht sozusagen jeder Lieferant sein eigenes Süppchen. Meine Empfehlung ist, wenn Sie einmal einen Lieferanten gefunden haben, schauen Sie einfach mal auf dessen Webseite. Viele bieten für Ihre Modelle eine Größenmesstabelle an, wo man dann also die Fußlänge messen kann und wo man dann sozusagen herausbekommt, aha, muss ich jetzt für den nächsten Kauf eine 21, 22, 23, 24 oder sonst was nehmen. Das variiert aber auch wirklich wieder von Lieferant zu Lieferant. Und nicht immer kann man diese sozusagen, diese Größe, diese angegebene Größe, auf einen anderen Lieferanten übertragen. Wer verschiedene Schuhkäufe schon mal getätigt hat von verschiedenen Lieferanten, wird das sozusagen wissen. Zum Beispiel fallen die Turnschuhe wieder anders aus als die Straßenschuhe. Und da sind auch die Hausschuhe nicht ausgenommen. Auch diese fallen wieder alle anders aus. Die einzige Sicherheit, die ich als Kunde im Grunde genommen habe, wenn ich bei einem Lieferanten bleibe, bei einem Schuhtyp bleibe, bei einem Hausschuhtyp bleibe und der hat immer dieselbe Sohle, dann kann ich dort also praktisch nachmessen und weiß, aha, gut, mein Kind hat jetzt hier eine 21, beim nächsten Mal muss ich darauf achten, dass ich mindestens die 22 oder 23 dann brauche. Je nachdem, wie weit mein Kind natürlich schon hier vorne angestoßen oder weit nach vorne gewachsen ist. Anstoßen sollte es ja nach Möglichkeit, bitte nicht unbedingt. Allerdings wissen wir auch aus eigener Erfahrung, dass insbesondere Hausschuhe sehr selten nachgeprüft oder überprüft werden. Also bitte nicht erst gucken, wenn das Kindchen sozusagen jammert oder nur einmal im Jahr, weil man dann mal wieder den Zugang zur Kita hat. Ansonsten holt man das Kind sozusagen aus dem Kindergarten, also dem Gartenbereich ab und sieht die Hausschuhe nicht. Nein, einfach mal dran denken, sich ein Vermerk in den Kalender machen. Es ist wieder ran, man sollte doch mal wieder kontrollieren, willst du ja nicht, dass das Mäuschen mit so kleinen Schuhen rumläuft. Und das passiert gerade im Kindergarten sehr häufig, haben wir festgestellt. So, also deswegen nochmal. Größen sind nicht genormt. Ausschlaggebend ist immer der Fuß und wir brauchen auch die Weite. Eine simple Größenangabe nützt uns hier im Geschäft leider gar nicht, weil wir nicht wissen, was wir Ihnen dann zeigen sollen oder was wir Ihnen für die Probiertüte zum Beispiel einpacken sollten. Das sind alle solche Dinge, die man dann sozusagen im Kundengespräch mit abarbeitet. Für alle, die die Online-Käufer sind, die müssen sich dann sozusagen durch dieses Wirrwarr der vielen verschiedenen Innenlängen sozusagen durchkämpfen und haben ja schon die eine oder andere Erfahrung damit gemacht. Also, man kann es nicht festmachen, ihr kommt aus dem Probieren, Testen und Überprüfen nicht heraus. Es ist leider so. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Ich würde mich freuen. Gerne. Untertitelung des ZDF für funk, 2017